Wir tauchen ein in die Faszination der Berge und der Natur. Wir stellen euch die grossen Abenteurer und Grenzgängerinnen vor. Wir bringen denkwürdige Momente und kulturgeschichtliche Hintergründe in euer Ohr. Wir wollen euch begeistern. Ich freue mich schon wieder sehr, dass wir eine weitere Folge begeistern machen. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer macht es genauso viel Freude wie mir. Ich freue mich jedenfalls auch. Aber verlieren wir nicht so viel Zeit und starten gleich voll rein in die Geschichte. Sehr gerne. Wir schreiben das Jahr 1981. Ein Fahrzeug braust nach einem Monataufenthalt in Verdun, Frankreich, zurück nach Lausanne in der Schweiz. An Bord sind zwei Männer. Musik dringt nach außen, obwohl die Fenster fest verschlossen sind. Aus Rücksicht vor Mitmenschen und Natur. Also es muss wohl sehr laut in dem Auto sein. Es laufen Songs des erst kürzlich veröffentlichten Albums No Sleep Till Hammersmith. Aha. Kennst du das? Ich persönlich kenne es nicht. Also ich bin nicht unbedingt zugetan, den Musikstil. Aber ich muss auch sagen, es ist schon ein bisschen vor meiner Zeit einfach. Die zwei Männer an Bord sind Brüder und ihr Musikgeschmack hat sich bis heute nicht geändert. Aber von Anfang an. Die Eltern der beiden Männer, Maurice und seine Frau, kehren von einer Wanderung im Kanton Bern zurück. Und sie entdecken eine faszinierende, goldbraun glänzende, vom Gletscher glatt geschliffene Plattenwand aus Granit. Aufgeregt berichten die Eltern zu Hause von ihrer Entdeckung. Leider kann man dort nicht klettern, meint die Mutter. Der Vater nimmt seine beiden Söhne zur Seite und sagt, Hört zu, Jungs, ihr könnt das klettern. Macht es. Wenig später, am 6. Juli 1981, sitzen die beiden Brüder wieder in ihrem Auto. No Sleep Till Hammersmith ist immer noch nicht langweilig geworden. Ganz im Gegenteil, es tönt lauter als je zuvor. Und du siehst schon, ich habe das Album jetzt schon das zweite Mal erwähnt. Also es scheint ganz, ja zumindest wichtig zu sein. Und du hast vorher eh schon gefragt, ob ich es kenne. Hast du vielleicht jetzt den Grund von, weil du schon mehr Informationen hast, eine Ahnung, worum es geht? Eine Route, die Hammersmith heißt. Ich nehme mal an, es geht ums Klettern. Ja, das ist schon mal richtig. Und da mit Routenwahl liegst du nicht allzu falsch. Also das ist ein guter Hinweis. Also es geht jetzt nicht um die Route Hammersmith oder Namen von dem Album, der irgendwie namensgebend für eine Route gewesen wäre, sondern es geht um die Band Motorhead. Ja, genau. Ja, das habe ich gewuscht, dass du an der Klettern bist mit dem Namen. Ja, die Band, die du das Album rausgegeben hast, ist die Heavy Metal Band Motorhead. Schade, dass wir das nicht kurz einspielen können, aber ich denke mal, da kriegen wir Probleme mit irgendwelchen Rechten. Hört euch das alles selber an, jetzt. Ja, wir können auf jeden Fall ein paar Lieder oder das Album, schauen wir mal, dass wir das verlinken können in die Shownotes. Wie gesagt, wir schreiben den 6. Juli 1981 und die beiden Brüder sitzen in ihrem Auto und etliche Serpentinen säumen den Weg bis zu ihrem vorläufigen Ziel. Das ist der Parkplatz beim Hospiz am Grimselsee. Voller Vorfreude und bereits mit den Kletterschuhen an ihren Füßen begeben sich die beiden Brüder entlang eines Kieswegs am Rand des Grimselstausees bis unterhalb der beschriebenen Wand. Mit dabei schwer gefüllte Rucksäcke vollgepackt mit Kletterzeug und Biwak-Ausrüstung. Im Angesicht der unmittelbar in der Nähe liegenden Nordwand des Finsterahorns, der übrigens einer der schwierigsten Viertausender der Schweiz ist, klettern die beiden los. Am Gurt baumeln Klemmkeile und zehn Schlaghaken. Verschneidungen, Risse, Platten, immer mehr Verschneidungen. Es ist kaum zu glauben, wie viel Spaß es macht, dort zu klettern. Nach nur wenigen Stunden und 14 Seillängen später stehen die beiden Brüder am Gipfel, der in Wirklichkeit das Ende der großen Granitplatte markiert. Der eigentliche Gipfel, der des Brünberges, eines nicht ganz 3000 Meter hohen Gipfels in den Berner Alpen, ist für die beiden in dem Moment komplett uninteressant. Viel zu viel gibt es nur an der tollen Plattenwand zu tun. Der genannte Brünberg dürfte kaum wem bekannt sein, jedoch aber der Namen der Gebrüder, also der beiden Männer. Hast du eine Ahnung, um wen es da jetzt geht? Keine Ahnung. Es geht um Claude und Yves Remy. Aha. Bekannt als die Remy-Brüder. Okay, bekannte Kletterer. Genau. Und die Tour, die sie eben gemacht haben, bekommt den Namen Motorhead und jede Seillänge bekommt den Namen eines Songs aus dem vorhin schon mehrfach erwähnten Album. Jede Seillänge hat einen Namen. Ach so, das ist ja lustig. So wie es im Yosemite oft der Fall ist. Bereits am nächsten Tag eröffnen die beiden eine weitere Route und sie nennen sie Simple Solution. Einige Tage später kehren die Brüder zurück an den Tatort und setzen für mögliche Wiederholer einige Bohrhaken in der Route Motorhead. Das ist Schwerstarbeit, da die Haken mit der Hand gesetzt werden müssen und dem harten Granit dauert das pro Bohrhaken gut und gerne mal zwischen 30 und 45 Minuten. Claude Remy vergleicht das Setzen eines Bohrhakens mit dem Einbruch in die Schweizer Zentralbank mit einem Taschenmesser. Hoffentlich haben sie da Schweizer Taschenmesser dabei, weil sonst kann man es eh schon lassen. Die Bohrhaken in der benachbarten Route Septumania seien schon bei der Erstbegehung bitter nötig. Dort fehlen die Möglichkeiten für natürliche Sicherungen, oftmals ja komplett und es muss eben schon während der Erstbegehung gebohrt werden. In der nächsten Zeit eröffnen die Brüder Remy weitere Routen am Grimselpass und veröffentlichen diese ein Jahr später, also im Jahr 1982. Eldorado, so nennen sie diese Wand, war geboren. Unter gleichter Form und der schönen Kletterrouten finde ich ist der Name mehr als passend. Eldorado, wie im Grazer Bergland. Ja, genau. Gibt's auch die Eldorado, die ist ja auch schön eigentlich. Auf jeden Fall. Sehr lohnend. Das Gebiet erfreut sich sofort großer Aufmerksamkeit und Begeisterung. Nur wenige Jahre später und vor allem durch die Hilfe der seit 1986 eingesetzten Bohrmaschine gibt es rund um den Grimselpass bereits über 40 eingerichtete Routen. Doch auch die Bohrhaken sind nett für die Ewigkeit. 2001 wurden die Bohrhaken in der Route Motorhead ausgetauscht, der Charakter ist aber nach wie vor vorhanden und davon habe ich mich 2016 selbst überzeugt. Also wie du schon gesagt hast, ich habe da schon einmal davon erzählt, dass ich dort war und dort geklettert bin. Ich bin damals in einem Artikel zum Thema schönste Kletterrouten der Alpen auf die Tour aufmerksam geworden und habe mich dann schon bei der Recherche in die Route verliebt. Und im darauffolgenden Sommer hatte ich dann das Glück, zusammen mit meinem Vater die Tour zu klettern. 6er Plus findet er gerade. Ist sogar. Ja, genau. Das ist die Bewertung. Wobei ich finde, es ist eine schwierige 6er Plus. Wobei ich glaube, die Schlüsselstelle ist sogar mit 6b bewertet. Aber es ist auf jeden Fall sehr anhaltend. Superlativen sind natürlich immer schwierig. Ich bin schon viele Kletterrouten geklettert und es fällt nicht immer leicht, die schwerste, schönste oder beste zu nennen. Aber für mich ist Motorhead definitiv im engen Kreis, um welchen sich die Gedanken drehen, wenn ich an mein persönliches Kletterhighlight denke. Du hast nur große Worte. Der Tobias ist sehr viel geklettert. Ah, jetzt sehe ich da gerade ein ganz schönes Foto. Das kenne ich ja auch. Also, ich kenne das Foto von dir. In so einem Riss. Das ist da das Titelbild. Ja, das ist wahrscheinlich das von der dritten Seillänge von der Verschneidung. Du weißt doch, wie die dritte Seillänge heißt. Na, das war es ja leider nicht mehr. Oder habe ich nicht gewusst. Ich bin jetzt eben so der Heavy-Metal-Fan. Aber Fan der Route. Ja. Es ist atemberaubend, wie abwechslungsreich, homogen, elegant und zugleich fordernd, die Route einer wie magisch vorgegebenen Linie zu folgen vermag. Heute sind die Standplätze gebohrt und in einzelnen Seillängen stecken jeweils ein bis zwei Bohrhaken. Aber jeder Bohrhaken ist zugleich eine Warnung. Denn einige Meter später wird es knifflig. Der Kopf ist ständig gefordert. Man darf nie den Fokus verlieren. Ich kann mich noch sehr gut an viele einzelne Kletterpassagen erinnern und kann sie meinem Kopf heimt noch abspielen. Ich kann mich sehr gut an den braunen Fels, an den Fingerkuppen erinnern, den spüren. Mal war all glatt, mal war rau und voller Kristalle. Ich kann den Schmerz in meinen Zehen noch fühlen, den ich beim Einklemmen der Schuhe in die schmalen Risse verspürt habe. Und die erinnern mich an die grenzgeniale Verschneidung in der dritten Seillänge. Eben wahrscheinlich das Bild, das du vorhin erwähnt hast. Und das darauffolgende Verschneidungssystem, wo ich alles rund um mich vergessen habe können, mit dem Moment, dem Hier und Jetzt verschmelzen habe können. Schön, da kriegt man richtig Lust auf Klettern. Ja, ich versuche ja zu begeistern, oder? Wobei die wehen Füße machen wieder eine Zulust. Aber das gehört wohl dazu. Das gehört ein bisschen dazu, ja. Ja, ich kann mich aber auch an meine verzweifelten Momente erinnern, wie ich versucht habe, das kleinste Klemmgerät, das ich an meinem Gurt hängen gehabt habe, in den offenen Riss der siebten Seillänge zu platzieren. Und meine Gedanken dabei, also wenn ich jetzt nicht endlich weiterkletter, dann habe ich nicht mehr ausreichend Kraft für die Seillängen, die noch darauf kommen. Also besser schnell weiterklettern. Und ja, der Bohrhaken 10 Meter unterhalb wird es schon richten. Hm, hm, mutig. Ich habe die steile, wandige Schlüsselstelle und die leichte Traverse nach rechts in Erinnerung. Die darauffolgende Plattensektion mit einer so glatt polierten Platte, welche trotz fehlender Schwierigkeiten einfach alle Aufmerksamkeit abverlangt. Einmal habe ich mich beim mentalen Loslassen ertappt und bin sofort ein bisschen gerutscht. Aber dadurch ist man sofort wieder im Moment und der Fokus ist zurück. Ich kann mich auch noch an den steilen Abschluss erinnern, wo nochmal alle Kräfte mobilisiert werden. Eine Verschneidung, eine Traverse unter dem kleinen Dach nach links, ein Riss auf. Es kann eigentlich nicht besser werden. Und überglücklich bin ich dann an der Gipfelwiese erschöpft, nicht nur im Kopf, auch im Körper. Die Hände fangen leicht zum Krampfen an und ziehen sich zusammen. Aber schlussendlich, ich habe mich selten besser gefühlt. Schön. Also wie viele Meter war die Route und wie viele Seillängen? Also es sind 14 Seillängen. Aber lange, wahrscheinlich. Und es sind alle sehr lange Seillängen. Ja, es sind alle bei den 40 bis 60 Metern. Und das Beste am Klettern, Barbara. Das Gefühl kann man mit seinem Kletterpartner, in dem Fall mit meinem Vater, teilen. Der gemeinsame Abstieg, die blühenden Blumen, das grüne Gras, das See, die Sonne. Es ist einfach atemberaubend. Ja, sehr schön. Also ich hoffe, ich habe ein bisschen Gusto gemacht, ein bisschen Geschmack gemacht für jeden. der gerne klettert. Ja, ich denke mal, du hast es ganz gut beschrieben. Das Gefühl oder warum, sicher nicht alle, aber ein Gefühl, warum sehr viele Leute klettern. Dass man halt fokussiert nur auf den Fels, fokussiert ist, alles drumherum eigentlich ausblenden muss, damit das Klettern so funktioniert, wie man möchte. und das mit dem der ganze Moment ist. Und ich denke, das zeigt das auch, dass du dich an die einzelnen Passagen so gut noch erinnern kannst, weil du es halt so intensiv gespürt hast. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen mehr, wenn man die Route halt vorsteigt, dass man das noch einen Ticken intensiver hat. Ich weiß nicht, ob der Datta auch was vorgestiegen ist oder ob du das gemacht hast. mein Liebesgefühl, dann merke ich mir das immer noch besser irgendwie, weil ich so richtig, ja so richtig fokussiert bin. Beim Nachsteigen denke ich halt oft nach, auch schön über alles Mögliche und schaue herum und denke mir, oh schöne Gegend, aber bin nicht ganz da, weil es halt nicht sein muss. Und sonst zwingt er dann die Situation zur Konzentration. Ja, also im Vorstieg ist es natürlich ernster, denn ein Fehler oder ein Sturz, der kann halt schon Folgen haben und ich meine auch unabhängig der Folgen, man will per se einfach nicht stürzen und das heißt, man ist halt dort schon noch fokussierter einfach. Aber ich finde, das zeigt auch, wie viel man schafft, wenn man einfach bei der Sache ist und eben nicht den Kopf um oder die Gedanken um irgendeine andere Dinge schweifen lässt, sondern eben nur in dem Moment ist. Dann kann man so, so viel erreichen. Wenn man das schafft, auf andere Bereiche zu übertragen, dann ist das in jedem Fall sehr positiv. Das stimmt, ja. Wenn man das schafft. Ich glaube, das ist hier auch ein Problem, das viele Leute, ich inklusive, haben. Das muss man halt so, schafft sich so lange, auf wirklich was zu fokussieren im Alltag, weil einfach tausend Sachen drumherum passieren, man tausendmal abgelenkt wird von irgendwem und von irgendwas. Das stimmt, aber es ist dann umso schöner, wenn man das dann eben in seiner Freizeit erreichen kann. Ja, aber wir sind ja nicht beim Ende, Barbara. Stichwort Vater. Marcel Rémy, der Vater von Claude und Yves, ist aktuell 98 Jahre alt und klettert noch immer. Wahnsinn. Okay. Wow. Er war es auch, der diese schier grenzenlose Begeisterung an seine Söhne weitergeben hat. In einem Kurzfilm, der vor sechs Jahren gedreht wurde, beschreibt er das Glück, das er empfindet, wenn er den Felsen berührt. Und ich werde da den Link zu dem Film in den Notizen zur Folge verlinken. Schön. Und die Mutter klettert offenbar nicht, nachdem sie das als unkletterbar bezeichnet hat, oder wie? Das habe ich leider nicht rausgefunden. Ich habe auch nicht den Namen von ihr rausgefunden. Das ist irgendwie nirgends angeführt gewesen. Ja, aber ich glaube schon, dass vielleicht jetzt nicht super geklettert ist, aber zumindest sehr sportlich war halt wie ihr Ehemann. Und die Rémy-Brüder haben wahrscheinlich noch viele andere weitere Mouten zu erschlossen, nehme ich an. Ja, genau. Also, das ist nicht im Eldorado geblieben. Kannst du noch was oder wo? Also, ich persönlich bin nicht andere Rémy-Touren geklettert, aber es gibt gerade in der Gegend sehr, sehr viele Routen von ihnen. Also, wir haben wirklich sehr viele Routen erschlossen. Spannend. Und die sind noch aktiv? Weißt du, das ist zufällig? Ja, ja, ja. Die klettern noch. Schön. Die sind noch im guten Bergsteigeralter. Ja. Schön. Ach, die hat man einladen sollen, he? Ein bisschen Französisch reden wahrscheinlich, oder? Klingt jedenfalls so, die Namen. Ja, also, ich weiß jetzt nicht genau, welche Sprachen sie alle sprechen, aber, ja, eben, die Namen sind schon sehr französisch. Ja, bei den frühen Jahren des Alpinismus stand das Bezwingen des Gipfels, der Wand des Menschenmöglichen im Mittelpunkt. Und viele Routen wurden sehr selten oder überhaupt nicht wiederholt. Der Gewinn einer simplen Wiederholung war im Gegensatz zum Einsatz. Das persönliche Leben war es einfach nicht wert. Es kam nur darauf an, der Erste zu sein. Ja, wobei man liest schon öfters und Erste Wiederholung von bla bla bla. Vielleicht gerade noch die Erste. Aber natürlich kein Vergleich zur Erstbesteigung, aber... Das stimmt, ja. Es hat bis in der Zeit dann auch angefangen damit, aber es war per se schon immer mit Wiederholungen haben es was oft dann gemacht worden ist, waren halt die Winterwiederholungen. Ja, stimmt. Dann war es wieder das Erste. hat er noch irgendwann logisch den Reiz verloren. Es kam einfach darauf an, der Erste zu sein. Und der französische Alpinist René de Maison, einer der besten Bergsteiger der 50er und 60er Jahre, sagte einst, bestehen die Routen kannst du immer noch machen. Erstbegehungen musst du jetzt machen. Und genau dem Credo folgten Claude und Yves und Yves. Jedoch verpassten sie ihm ihren eigenen Touch. Sie öffnen im Laufe ihrer Kletterkarriere mehrere hundert Routen, aber sie klettern um des Kletterns Willens und wollen das Gefühl, ganz wie ihr Vater, auch weitergeben. Weitergeben an die Wiederholer, an uns. Nach der Erstbegehung kommen sie öfter wieder zurück, um die Touren für andere Kletterer attraktiv zu machen, sie einzurichten, zu sanieren, also sie ein bisschen sicher zu gestalten. Sehr nett. Sehr wirklich nett von ihnen, dass sie sich dann noch so bemühen. Und um die Folge noch ein bisschen abzurunden, ein kleines persönliches Resümee, also für mich sind die Brüder Remy ja stehen für mich wie niemand anderes für die Entwicklung des modernen Klettersports als eigenständige Disziplin heraus aus dem traditionellen Alpinismus, also eben aus dem Bezwingen eines Gipfels einer Wand. Und ihr Stil, der auch Bohrhaken inkludiert, findet logischerweise oft gerade deswegen nicht überall Anklang, aber mit Motorhead haben sie uns, finde ich, ein Meisterwerk der modernen Kletterei hinterlassen. Also du meinst doch, dass es denen gar nicht um den Ruhm in erster Linie geht, oder wenn sie eine Route einrichtet? Habe ich persönlich jetzt nicht das Gefühl, ich glaube, sie klettern eben, weil ihnen das Spaß macht, und weil sie das gern machen, möchten aber das auch, dass es eben andere klettern können. Das finde ich voll schön, das ist echt schön. Sie eben mit zehn Haken in die Route rein starten und die erschließen, dann ist das natürlich toll für sie, aber es klappt, dann wird die Route nur sehr wenige Wiederholer haben. Und man muss sagen, ihre Routen seien nicht überbohrt, die seien alle ernst, aber es ist einfach ein gewisses Maß an Sicherheit natürlich dazukommen. Und man muss natürlich schon auch sagen, dass eben manche Routen, wie zum Beispiel die Septumania, die ich vorher angesprochen habe, die wären ohne Bohrhaken in der Form glaube ich einfach nicht möglich, weil die Absicherung ja nicht möglich wäre und irgendwo ist man einfach an der Grenze nicht. Man könnte es free solo machen, logisch, aber dann würden es halt noch weniger machen. Okay, ja schön, und das ist ein Grimselpass, um uns mal zu orientieren, falls dir jemand hinfahren möchte. Genau. Ist auch ein cooler Pass zwischen Wallis und Kanton Bären, soweit ich weiß. Genau. Also eben sehr schöne Gegend, gibt sehr viele Klettermöglichkeiten dort, gibt auch hohe Berge dort, also eben, ich habe eben vorhin schon das finster Ahorn angesprochen, ein sehr formschöner Viertausender, ich glaube, wird immer mit so einer Haifischflossenform beschrieben, also ein sehr schöner Berg, gibt im Umfeld viel zu sehen, gibt auch den Oron Gletscher in unmittelbarer Nähe, also dort, wo der Fluss Oron entspringt. Aber der ist wohl am anderen Pass, soweit ich weiß, oder? Der ist am anderen Pass, aber es ist nicht weit zum Vorhen, es ist sehr, sehr nah. Wie heißt der nochmal? Furcapass? Furcapass, ja, direkt vorher ist der Gletscher. Kann man auch klettern. Genau, kann man auch sehr viel klettern, gibt dort auch Touren von den Brüdern Remi. Also, wenn du erinnerst an die Tour, die wir dort gemacht haben, an Galengrat, also die Galengrat Verschneidung. Ja, natürlich erinnere ich mich dran. Dort ist in unmittelbarer Nähe, eine benachbarte Route ist von den Brüdern Remi. Aber auch die Galengrat Verschneidung ist ja zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man nicht gerade seinen Tube in die Randkluft schmeißt. Hast du noch was hinzuzufügen, Barbara? Oder lassen wir es gut sein? Was ich noch gelesen habe, Tobias, gerade, was ich auch sehr spannend finde, am Grimselpass, da liegt laut Wikipedia die europäische Wasserscheide zwischen Mittelmeer und Nordsee. Also offenbar entwässert alles südlich davon ins Mittelmeer und alles nördlich irgendwo oben. Das finde ich ganz lustig, wenn man bedenkt. Ja, weil oben quasi über die Aare in den Rhein und unten über die Rhone, die mündet da ja in Südfrankreich ins Mittelmeer. Sehen wir spannend, wenn man überlegt, wo man steht, wo dann das ganze Wasser hinkommt, dass das ganz wo anders ist. Ja, das stimmt, ja. Ein Tropfen auf der linken Seite nur wenige Zentimeter voneinander haben ganz andere Ziele. Das stimmt, wie ein Doblach. Genau. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören wieder und freue mich, wenn auch bei der nächsten Folge wieder ein paar Treue und hoffentlich auch ein paar neue Zuhörer dabei sind. Ja, über die würde ich mich auch freuen, weil ich die nächste Folge vorbereiten werde. Ja, dann sage ich danke, lieber Tobias und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Für alle, die gern mehr über uns und unseren Podcast erfahren wollen, www.bergeistern.com ist eure Adresse. Wenn ihr uns Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge geben wollt, tut es bitte auf kontakt at bergeistern.com Wir würden uns sehr drüber freuen. Außerdem macht ihr uns mit Bewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen eine große Freude und sagt uns, was Bergstang für euch ausmacht. Schickt die Audiodoteien bitte an ich at bergeistern.com Dann hört sie euch in einer der nächsten Folgen. Heute hören wir die ebenso kletterbegeisterte Biene. Vielen Dank dir! Bergsteigen ist für mich ein großes Abenteuer. Man weiß nie, wie es ausgeht und was man erlebt. Schickt die schickt die Hände nicht. Drei sie schickt die reine und wie es Die